Schuss So Ja, das ist ja grad so Mit den Das Scheuso hier Ich hab kein Bock auf Russen Ich weiß es halt so Wir wollen ja auch mal spannende Mütze haben Näh, Leute Oh Ja, fuck Manu Hast du überhaupt von daheim? Näh Fick dich, Alter Ich komme, mein Freund Ich komme, mein Freund Ich bin drin 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 Oh, danke Ja, meine Polka, Polka, Polka Ja Wieso hab ich den nicht? Der hat meine Königin kaputt gemacht, dieser Hurenbastard Dieser Hurensohn Wenn er nicht dagegen Getötet 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 Steige aus dem Bett Ich hab schon mal gewixt Näh 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 Ach du Scheiße, der macht voll auf Defense, oder? Näh, der macht voll auf Dingens Näh, oder? Oh Oh, Fasenglad Ja, ja So Kein Problem Ich hab kein Verbindung mit Brasilien Standard Der steht aber immer scheiße Nick, Nick, Fattywack Ich bin dieser Blockhustler Näh Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Nein Bam 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 Wir haben auch mehr Eier Und der Wechser ist niemand an Niemand Anderer als BÄM! Ich bin teuer, ein Frosch Ok, er greift an Mit seinen Terranischen Der kommt mit seinen Terranischen, der ganz böser Junge Welcher Terraner? Alex Der Rosaro Der Rosaro Ja, der Rosaro Ja, der Rosaro Gelor Tuff Tuff Ich stehe voll auf Tuff, der irgendwo Gehst du mal hier, Tuff? Nack, knack, Paddywhack Die sollte mal Wespingas abbauen, ne? Warum muss ich die zweite Böster? Okay, dasexperre Ich fast das A-Kind-Jill A-Look, Nubi, Nubi A-Look, Nubi, Nubi No, noob A-Look, Nubi, Nubi, Nubi A-Look, Nubi A-Look, Nubi A-Look, Nubi Prozent was bist du der Anahme auch noch mal mehr er noch her ich kann auch noch das gelangt oder es geht hier ich baue so wenig Spinner aus ob sie letzte Zeit 2 1 2 2 2 Goldlieger und hier kommen Goldlieger bis zu sich die Allerre ich glaube der Volga Coming wäre das gesehen denke nicht wir bauen unbedingt ein paar OVs OVs, die nicht Onis machen so, jetzt werde ich mal hier super ich muss die auch abbauen, natürlich jetzt müssen wir verbinden verbinden noch ein ungültiger Fehler unsere Verbindungen befinden sich im Kampf NO MACRO FAIL NO MACRO FAIL oh geil meine wikings fliegen in der Formation 2 wo alter wie sieht es aus wie nur 2 immer expandieren, Junge ach, jetzt ist es voll früh oh, schade das ist doch ein Opfer ah scheiße du, das ist doch ein Opfer ey wer hat denn so ein Agetentürmchen Ok mit uns manu, komm mit dem wikings ich bin dran, Junge, geh mit deinem wohnen Zack an auch schon dran, ich spiel ich komme MUTOS VON OLMU STIL KANTELTE 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 Ich muss Eier basteln gehen Keine Ahnung Eierbotsenbotsenbotsenbotsen Ich habe Aggressionen, Junge Alle Alejandro Alle Alejandro Alle Alejandro Alle Alejandro Wir müssen Die Gegner besiegen Hör die Hör die meine Maus, meine Freund Gehtsett Wir gehen hier wieder Hör die Ich hoffe du wirst sie geniessen Du kannst nicht Deutsch sprechen Du kannst auch Thailänder Ich bin Thailänder Ich bin Thailänder Ja Ich gib dir gleich Wespirnger, Solda Wenn der Fägi hier wird Hallo Gibt es einmal Was für Hör die genau Leck mich HAAH Ups Nooo Ich mach jetzt zwei Päschen Oh Epic Molu Ey, in dein Musikvideo sieht er aus wie Alex Der Roboter Woho Der Roboter Party Rock Anthem Das ist Der Roboter Der Roboter Das ist wie alle Der mit einem goldenen Anzug Und Billigen Helm Ja Jesus kommt davon Mit einem Dollarzeichen Goldkette Das Video ist so pittlich Aber Das ist voll episch Aber es ist trotzdem lustig Aber es ist trotzdem lustig Mein Freund Ey, wir haben heute in der Schule die amerikanischen Strafen angesehen Oh Gott 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 Irgendso ein gewalttätiger Bauer muss sich vor seinem Grundstück so ein Schild hinstellen Achtung Ihr lebt ein gewalttät Besteh betretenes Poststücks auf eigene Gefahr Ja man, ich komme auch mit Keine Angst Alex Ja Nachdem sie so eine Armee von mir sehen, dann müssen die eigentlich fast die Sieg Oh 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 Was Wir haben mindestens zwei Wettes gewonnen Nein, ich wohne Oh 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 wir werden später noch mehr glaube ich so aufnehmen es hat ziemlich spaß gemacht und zum glück haben wir nicht gefällt und ja ja aber in der bronze liga das verstehe ich aber wir sind 20 leute ist auch egal da können wir wenigstens jeden fotzen rohnen ach nein ich meine ich hier gegen 4 ähm ich hab mal schon fast geguckt 28 ich hab jetzt geguckt ja nur mal sagen ich bin die aufnahme hier wenn es euch gefallen hat schreibt ne schreibt schreibt kommentar wenn es gefallen hat ob wir weiter so aufnehmen sollen auch also solche videos machen sollen oder ob ich weiter nur let's play machen soll ja was gibt uns einfach meine letzte nachdem man sollen ich bin kurz weg machen mit zum abschut und und